Eines muss man den Vöcklermarktern zugutehalten, nun geht es wieder in die andere Richtung. Schaut Diego Moser und der wird hier von Salentini gefoult und zu Recht zeigt Andreas Zangerle auf den Punkt. Moser, der ist sofort zum Ball gestürmt und tritt selbst an, bislang sehr bemüht, aber noch zu ungefährlich. Und Schaut Diego Moser mit seinem ersten Treffer im ersten Spiel, die Partie jetzt auf der Kippe. Und Schaut Diego Moser